Moin meine Heli-Freunde, ich bin vom Heli-Treffen in Kaltenkirchen wieder knusprig braun gebrannt wieder zurück. Wir haben wieder geilstes Wetter gehabt, ca. 25 Grad, fast durchgehend Sonnenschein, ein paar Quellwolken, ihr tut mir echt leid unten in Mitteldeutschland, Süddeutschland, im östlichen Raum mit den Regensummen die ihr habt, ihr seid echt nicht zu beneiden, ich hoffe ihr macht das Beste draus und kommt da glimpflich davon. Ja, was gibt es zu sagen, schaut euch am besten das Video an, es war richtig viel los. Also ich war jetzt nur zweimal bis jetzt, zwei Jahre und nicht annähernd, so geile Scaler da gehabt, so geile Piloten. Danke nochmal an Holger von der Rotor Zeitschrift, den Holger Schütz, den werdet ihr, oder werdet sicher in der Rotor, nicht nächsten Monat, ich denke mal wieder übernächsten Monat oder so einen kleinen Bericht, über das Heli-Treffen finden. Danke an Sven, den Veranstalter nochmal, dann war da der Franks Heli, Franks Heli war da, ja, Franks Heli war auch da, zwei Stück davon sogar. Frank Weigel war da und Hammer Piloten, also da habe ich erst gesehen, wo ich eigentlich stehen mit meiner Fliegerei, echt noch am Anfang, die können so geil fliegen, klasse. Ja, dann schaut euch das mal an, das wird ein bisschen länger, ich habe richtig viel gefilmt und richtig viel zusammengeschnitten, viel Arbeit gehabt, schaut euch das mal an und viel Spaß beim Video. Bis dann, euer Olli Paddelflieger, ciao, ciao. So, meine lieben Heli-Freunde, der Holger Schütz hat uns hier was ganz Besonderes mitgebracht, schaut euch mal seinen Eigenbau an hier. Und jetzt kommt der Hammer, der Motor von einem, sagst was sagst du? E-Bike. Vom E-Bike. Er sagt, er hat 800 Umdrehungen am Kopf bei 2,10 Meter Rotorkreis. Und das wird natürlich nachher nochmal filmerisch festgehalten, wenn er das Ding in der Luft hat. Hintenmotor, genial. Wie lange hast du dabei gesessen, sag mal? Ja, da habe ich jetzt, ich sag mal, seit Ende des Jahres bin ich durch einen Bericht in der Rotor in der Dezember-Ausgabe auf dieses Thema aufmerksam geworden, durch einen anderen, der das auch schon mal gemacht hat. Ja. Und da habe ich gedacht, das ist genau mein Thema. Ich bin ja der für die größere Schutzschrauber und habe das jetzt die letzten Monate umgesetzt. Ja, letztes Jahr haben wir da eine Banane, in Anführungsstrichen, gesehen. Ja gut, die habe ich heute nicht mit. Die hast du heute nicht mit. Ja gut, aber da sind wir echt mal gespannt. Ich habe aber ein bisschen was zu tun in der Suche, das muss diesmal reichen. Sehr geil. Und dann wird es auch wieder einen Bericht in der Rotor geben. Ja. Also lieber Heli-Freunde, dann brauchen wir mal gucken nachher. Und für den ist es nächsten Monat, in der Juli-Ausgabe, der Bericht. Der kommt dann nächsten Monat in der Juli-Ausgabe, der Bericht über das Modell her. Der ist schon fertig. Da könnt ihr gespannt sein. Also bis nachher. So meine Lieben Heli-Freunde, hier seht ihr den Eigenbau. Und schwebt schön stabil. Und einen schönen Blattsound. Holger, der hat einen guten Sound. Ja, einen guten Sound. Sieht gut an. Ja, das sieht einfach genial aus. Mit den Blättern, oder? Ach, komm, am Drehung. Ja. Ja. Ja, der Holger, der kann es. Sehr schön. Ja. Das ist ja auch mein Ding. Groß, niedrige Drehzahl. Geil. Der Beut ist doch geil, ne? Hammer. Hammer. Ja, den baust du in den Rumpf ein, ne? Ja, der kommt demnächst in den Rumpf ein. Das ist ein Experiment hier. Und der kommt in den Rumpf. Der passt genau. Jetzt noch die Trainer-Version und nachher die Skater-Version. Nee, du hörst gar nichts bei dem. Du hörst wirklich nur noch die Blätter. Und das ist einfach das Geile daran. Ja. Eigentlich fass nur noch den Heckro-Schuh. Der war zu Anfang, als er ist es ein bisschen schöner. Ja, der läuft auch eher hoch als der andere. Dann könnte er im Endeffekt auch noch etwas langsamer laufen nach mir. Ich muss noch was fallen hier. Leute, mit dem Elektro-Fahrrad-Motor. Das würde ich machen, oder? Ja. Hast du mal Lust, ein bisschen was über das Modell zu sagen? Sag mal, das ist eine Turbine. Klar. Elektrisch. Ach, das ist elektrisch? Ja. Elektrisch, ja. Elektrisch-Türzen-S. Ja. Ja. Die Turbine 50-35. Ja. Das ist ein Technik-Cool-Cosbink-200-Siegler. Die Turzen-S 10.000 mAh und 5,35 Meter Voter bei 24,7 Kilo. 24,7 Kilo. Genau. Deswegen auch nicht weiter ausgebaut, weil dann würde es halt das Gewicht überschreiten. Ja, ja. Sonst wäre hinten auch noch weiter ausgebaut, aber da war halt Schwiss. Super. Hast du den zusammengebaut? Ja. Der ist von Grund auf, also den Rumpf gibt es ja von Vario. Ja. Aber ich habe das Original auch vermessen, habe alle 3D-Teile selber konstruiert im CAD. Aha. Alles 3D gedruckt oder drücken lassen damals noch. Ja. Und so halt nachgebaut wie am Original. Ganz großes Kino. Klasse. Ja, dann guten Flugleuch. Danke. 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 Untertitelung des ZDF, 2020 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 Das war's. Das war's. Das ist ein Gyrocopter. Ja, das Ding gibt's von Hobbyking, so ein Teil. Ich weiß. Ja, ich hab den Einsatz aus, das erste Modell, aber hab ich nie in die Luft gebracht. Aber das ist hier im Plan, den findest du bei Saric Hobbies in England. Kostet 15 Pfund, oder so der Plan. Das ist ja spaßig. Ich will auch sowas. Das Spielzeug ist ja. Nee, ist kein Spielzeug, das ist geil. Hat natürlich einen Zaun, ne? Ja, auf jeden Fall. Und ist unartig bewegend. Und wenn du machst, guck mal hier, geht auch. Autorotation? Ja. Das ist echt witzig. Ja. 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 So, meine liebe hier, die Freunde. Wie heißt der? Frank Weigel. Grüß dich. Grüß dich. Franky hat heute seine SABs mit und hatte eine ordentliche Fahrt schon hinter sich. Wie lange bist du gefahren, Frank? Klapp vier Stunden. Ja, ich bin außer Drückgerutsch. Weißt du, was wir gleich machen werden? Wir werden erstmal einen gepflegten Kaffee trinken, weil Kaffee macht müde Männer munter. Genau, das machen wir. Machen wir. Also, bis gleich dann. Ja, und nach anderthalb Stunden sind sie leer. Ja, ja, genau. Ich weiß. Und jetzt war der Fürste, ich hätte sechs Stunden. Ah, okay. So. So, liebe Heli-Freunde. Proudly present Frank Weigel. Aber nichts riskieren, Frank, ganz ruhig. Nein, das ist der erste Flug hier ganz stillig, weil ich den Platz noch nicht kenne. Wir wollen ja nichts kaputt machen, ne? Genau so sieht's aus. so liegt's, dass wir uns ja 600 ostоты bleiben wollen. So 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 ordentlich Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020